hallo leute mal ein anderes video neues von pasca einfach mal so ein kurzes video kein offizielles in diesem sinne und zwar habe ich mal meine oldie laptops rausgenommen alle mal wieder eingeschaltet zum probieren die zwei hatte ich letztens erst erhalten und der auch erst letztens habe ich jeweils videos darüber gemacht von dem habe ich auch videos darüber gemacht dem auch da auch aber schon älter und der glaube ich habe ich auch zusammen mit dem gemacht und so weiter ist ja egal ihr seht alle laufen alle haben entweder ms2 beziehungsweise windows 3.1 drauf oder dann windows 98 oder maximum 99 keine von diesen ist höher ich bin einmal hier links der hat windows 98 musik hat schnell spicken also 98 dann der 95 95 95 windows 3.1 oder ms dos der genau das gleiche ist jetzt gerade ein spiel offen dann hier wieder windows 95 aber eine erweitung also quasi ein update eine besser windows 95 version da hinten auch windows 95 und hier der hat windows 98 so das wollte ich mal noch kurz zeigen videos über jeden von diesen pc habe ich schon gemacht oder diese notebooks schaut einfach mal auf meinem kanal vorbei und sonst in der beschreibung ist der wer ist die namen ich habe so ungefähr hingeschrieben wie die reihenfolge ist also 1 2 3 4 5 6 7 8 9 damit ihr seht was was für ein pc ist so könnt ihr es dann auch vielleicht ein bisschen besser suchen auf meinem kanal in den videos also viel spaß und tschüss und bis zum nächsten mal neus und pascal dankeschön und tschüss